Bewegt Bild Banausen Filme, Kino und Serien bis ihr kotzt Bewegt Bild Banausen Bash, die zweite 2022 vor Qualifikation, Freunde und wen haben wir denn hier Schönes? Na erstmal uns, tada Und Guess in the House Stellt euch vor, die Bewegt Bild Banausen höchstpersönlich führen durchs Programm, weil wir selber sind zu doof zum Quizzen, sind überall rausgeflogen Deswegen dachten wir, wir drangsalieren die anderen und quälen die ein bisschen mit schweren Fragen, die wir nicht gelöst hätten Das macht mindestens genauso viel Spaß Das macht mindestens genauso viel Spaß, genau Quatschen dazwischen beim Nachdenken Machen dumme Sprüche Ärgern die Leute Und war ein guter Erfolg mit dem Prinzip letztes Jahr Wir machen das Ganze nochmal Ja, also ich meine, haben ja viele Leute gesagt, dass sie das unbedingt nochmal machen möchten Und jetzt haben wir den Kreis der Teilnehmer so ein bisschen erweitert Ja Weil wir ganz eifrige Supporter und Zuhörer haben, die sich da auch berufen fühlten Und da haben wir so ein bisschen aussortiert Und jetzt spielen wir quasi eine Vorqualifikation Das heißt, einer der heutigen beiden Teilnehmer kann eine Wildcard für das eigentliche Bash gewinnen Und deswegen stellen wir jetzt mal die Kandidaten vor, oder? Ja, dann machen wir das Wen haben wir denn hier? Hylia Hi Hi Hallo Du hörst uns hin und wieder? Ja, ja Ich höre mir meistens beim Sport immer eure Podcasts an Okay Beim Sport Weil wir so adrenalin treibende Typen sind Das wird eigentlich so der Gegenpol Hylia ist übrigens die Ja, ja, das erdet mich dann wieder Hylia ist übrigens die Person bei Letterboxd, die, also von allen, die ich jemals gesehen habe, die die größte Wunschliste hat Die hat, glaube ich, 20.000 Filme auf der Wunschliste Also die nächsten ein, zwei Jahre hast du ein bisschen was zu tun auf jeden Fall, wenn du die abarbeiten willst Ich habe es aufgegeben, da mal alles zu schauen Das ist irgendwie, ich haue da manchmal einfach Sachen drauf Das ist wie beim, keine Ahnung, als würde man so ohne Kontrolle irgendwie einkaufen gehen oder so Okay Hungrig, hungrig in den Supermarkt gehen Ja, es ist ja jeder Film, den ich irgendwie da aufrufe oder den ich suche oder den ich locke oder von irgendwelchen Listen Der ist auf Hylia ist Wunschliste schon drauf Da ist wirklich jeder drauf Also wenn da ein Gesicht irgendwo aufpoppt, dann ist sie das Ja, geil Ich bin noch immer wieder überrascht, wenn ich einen finde, der nicht auf meiner Wunschliste ist, dann so gleich mal drauf Das stimmt, ja Also du willst alle Filme, die es gibt, Witze sehen Das ist der Plan Das ist schon mal eine gute Ambition So und Hylia spielt gegen einen, naja, gegen unseren Praktikanten Ja, Hylia spielt gegen unseren Praktikanten Da ist er Ja Dennis Ja, moin 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 Dennis Mit Verspätung aber da Mit Verspätung, ja, ein bisschen chaotisch gewesen Aber gut, das sei dir verziehen Ich habe gehört, du heiratest die Woche Ja, tatsächlich Samstag Deswegen auch so ein bisschen chaotisch Ich habe auch gehört, du hast extra den Hochzeitstag gewählt Mit unserem Geburtstag, wo wir zum ersten Mal unsere Folge rausgebracht haben Dass unser Partikant auch wirklich am gleichen Tag auch seine Frau ehe liegt Also es ist mehr als passend Ja, sonst kann ich mir den Hochzeitstag ja auch nicht merken Ja, das stimmt Aber ey, du heiratest an unserem Gründungstag Du trägst ein bewegt mit Banausen-Shirt Du bist unser Partikant Aber wenn du schlechter heute abschneidest als Hylia Dann müssen wir dich trotzdem rauswerfen Wir sind sehr neutral Ja, baue ruhig keinen Druck auf Das ist gar kein Problem Kein Ding Kein Ding Wir können ja nicht parteiisch sein Also möge der Bessere von euch gewinnen Ja, das ist halt leider das Spielkonzept Also es gibt keine Runden oder so Sondern wer verliert, ist raus Das stimmt Mieses Co-System Auch in der Vorrunde Derjenige, der das Duell verliert Der darf sich für dieses Jahr verabschieden Ja Ja Dann wollen wir mal das Eingemachte, oder was? Mhm So, wir haben ein Spielbrett vorbereitet für euch Das sieht folgendermaßen aus Wir haben unterschiedliche Kategorien In unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden Mhm Und es wird im Wechsel gespielt Ihr dürft euch also selber aussuchen Und welche Frage ihr spielen wollt Und wer am Ende mehr Punkte hat Hat logischerweise gewonnen Ja, und alle Fragen werden aufgedeckt Das heißt, das Board wird leergefegt Freunde Ja Sagen wir mal die Kategorien vorstellen Oder wie machen wir das? Das machen wir am besten Dann gehen wir die Kategorien durch Und für diejenigen, die das per Audio hören Wir werden das versuchen So freundlich wie möglich Auch in Audioform vorzulesen Und die Fragen nochmal vorzutragen Aber es macht natürlich Sinn Das Ganze auf YouTube bei uns zu sehen Diesmal sind wir zum ersten Mal im Bild Weil das kommen auch hier Fotos zum Vorschein Ihr seht die Videos von den Kandidaten von uns Also es macht mehr Sinn Das Ganze bei YouTube zu sehen Als jetzt als Audioform Aber es geht trotzdem Ja, hoffen wir noch So, die Kategorien Da haben wir zuerst TV-Serien Wie seid ihr da aufgestellt? Gute Frage Furchtbar Schön Nicht so wie bei Filmen Aber ganz okay bei mir Okay Bin ich der größte Serien-Fan Na, dann ist das wohl nicht die Kategorie Die du da am liebsten picken würdest Da kommen auch noch ein paar andere Ja Wir haben da noch Action und Martial Arts Das ist, glaube ich, selbsterklärend Die nächste heißt Boote und Schiffe Da werdet ihr ein Bild sehen Von einem Boot oder einem Schiff Und ihr müsst uns den Film nennen Aus dem das stammt Gers, was haben wir noch? Dann gibt es noch Musik in Filmen Also hier werden keine Lieder eingespielt Aber es werden verschiedene Fragen gestellt Musikalischer Natur Es geht um Period Pieces Das sind primär Also was heißt primär Das sind alles Filme, die Einen historischen Hintergrund haben Und die in der Vergangenheit spielen Und dann gibt es noch Filmtiere Das ist so ähnlich wie bei Boote und Schiffe Da kriegt ihr ein Bild Von einem Tier Aus einem Film Und ihr müsst den Filmtitel dazu nennen Prinzip verstanden? Ja Ja Nervosität steigt Schön Warum Period Pieces Warum? Ey komm So Action Martial Arts ist ja Hoffentlich dann eher deine Bestellung Das ist schon Ich wollte gerade sagen Also sie sind ja schon so ein bisschen Konträr hingestellt Dass wir nicht hier Action Martial Arts Und dann gleichzeitig irgendwie noch Noch irgendwie Ich weiß nicht So eine andere Männer Männerkategorie machen Sondern so ein bisschen halt Ein bisschen verstreut Ja ein bisschen divers Bei Pornos bin ich auch nicht so fit Achso Bei Pornos bist du nicht so fit Ja die Kategorie gibt es nicht Da ist ja Lee der neue Fachmann Absolut Bin jetzt Experte Absolut ja Läuft Unser Porno-Experte Hülya Gibt es dir irgendwas Wo du sagst Das kann ich gar nicht Oder Obwohl es auch taktisch Ich gucke mir das Board an Und denke mir Scheiße Ich gehe null Punkte runter So schlimm gleich Okay Da gibt es Sachen Da weiß ich gar nichts Glaube ich Naja dann schauen wir mal Wie abschneidet Ich meine Naja es kommt ja auch Ein bisschen Strategie dazu Man muss ja nicht gleich Auf die 500 gehen Sondern man kann ja auch Erstmal so ein paar Punkte sammeln Also wir können schon mal Um den Druck zu Um den Druck ein bisschen zu erhöhen Die 500er Kategorie wurde nicht einmal gelöst In der anderen Vorqualität Keiner hat die 500er Frage beantwortet Insofern die sind knackig Also wenn ihr auf die großen Punkte schielt Das sind auf jeden Fall Fragen Da kriegt ihr Respekt Wenn ihr die beantwortet Aber alles was so Bis 300 ist machbar Da werdet ihr einfach gedisst Wenn ihr es nicht wisst So einfach Da werdet ihr gedisst Ja kein Druck jetzt Okay Jetzt müssen wir noch entscheiden Wer anfängt Ich habe mal wieder Hier einen Schauspieler rausgesucht Und ihr müsst die Credits raten Der der näher dran ist Darf das erste Feld wählen Und zwar geht es diesmal um Bill Murray Wie viele Schauspielcredits hat Bill Murray Wo ist der Wie viele Serien und Filme ist der aufgetreten Hülya fang du an Ich sag mal einfach Ins blaue geraten 54 Wahrscheinlich mehr 54 sagt Hülya Was sagst du 98 98 ist sehr dicht dran 94 wären es gewesen Oh wow Wirklich Ja 94 Credits Das heißt Dennis darf das erste Feld wählen Dennis was darf sein Dann nehme ich mal Action und Martial Arts für 200 Action und Martial Arts 200 Kommt Lee Willst du bitte die Frage vorlesen Na klar In welchem Film hatte Jackie Chan Seinen ersten Auftritt In einer amerikanischen Produktion Wow Das ist die 200er Das ist die 200er Das ist der Das ist schon mal Gäste Das wirst du noch ein paar Mal hören Befürchte ich Irgendwie Geld Das ist schon mal der Kurs Auf dem wir uns befinden Ja Du wirst noch mal ein ganz großer werden Ja Da musst du auch hier So die knackigen Fragen beantworten Dann sag ich Shanghai Nun Shanghai Nun Mal gucken ob das stimmt Du als aufmerksamer Banausen-Hörer Ach Ach ja Ach ja Hättest du ja gut kennkennen Auf dem Highway ist die Hölle los Oder Cannonball Run Im Original Habe ich letztes Jahr beide erst gesehen Ja siehste Der Und du wüsstest wahrscheinlich auch Dass der Forscher Kai Nun gedreht worden ist Insofern eine Frage Die man hätte beantworten können Hätte man Aber Cannonball Run Kam auch schon im letzten Bash vor Deswegen dachte ich Der kommt nicht Siehste Okay Nach dem Ausschlussprinzip Schön Gut Hülya ist dran Was darf es sein Ich nehme mal TV-Serien 200 TV-Serien 200 Bitteschön Wie heißt das Geschwisterpaar In der 90er-Serie Beverly Hills 90-210 Wir wollen die Rollennamen Ja Ich habe keine Ahnung Wirklich Ich habe das nie gesehen Ich habe keine Ahnung Wer damit spielt Wie die Charaktere heißen Ich habe Ich kann einfach mal Ein Wild Guest machen Und irgendwie sowas sagen Wie Angelica und Mark Oder sowas Aber Wollen wir mal gucken Ob Angelica und Mark Die beiden sind Aus der Serie Das wird es wahrscheinlich Nicht sein Das wird es wahrscheinlich nicht sein Brennan und Brandon Ja Walsh Kein Plan Kann ich mich richtig erinnern Ich glaube auch Brennan und Brandon Walsh Na es spricht für dich Dass du Kein Beverly Hills geguckt hast Es gibt zwar keine Punkte Aber dafür Respekt Von Guest Immerhin Dafür Respekt von Guest Und wir sind immer noch Bei Null Wir warten auch darauf Die erste Frage Waren heute zu kriegen Insofern ist Dennis Wieder dran Ach dann machen wir mal weiter Boote und Schiffe 200 Boote und Schiffe 200 Wie gesagt Wie waren denn 200 hier Du kriegst ein Bild Und darfst uns sagen Also welchen Film ist das Bötchen Jetzt haben die Leute Das mit Audi hören Natürlich nicht so viel Spaß Lee könnte das Boot beschreiben Ich wollte es gerade an dich Der hat nautische Skills Ist das so Nautischen Skills Du hast so einen Bootsführerschein Und kennst dich mit Pornos aus Das ist doch Na ist doch sogar Lee ist doch sogar Eine der Richtungen Oder nicht Also windseitig Oder gegenwindseite Oder so War das nicht so Weißt du schon 20 Sekunden Um die Frage zu beantworten Ja dieses Zeitlimit Haben wir dieses Jahr Beim Bachelor eingeführt Ich habe keine Ahnung Ich sage Anaconda 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 Wüsstest du es denn Hülya Ne ich habe keine Ahnung Von dem Boot Winkt unser Kumpel Forrest Gump Natürlich Beim Vorbeifahren Also die 200er Boote Frage Beißen sich unsere Kandidaten Auch die Zähne aus Das kann lustig werden Aber wirklich Geil Hülya So Hülya TV-Serien 100 TV-Serien 100 Sollten da die ersten Punkte Vielleicht mal rüber wachsen Wir werden sehen Welcher weibliche Marvel-Charakter Kriegt aktuell eine Serie Also Wie aktuell Meinst du das Weil es gibt jetzt mehrere Weibliche Die jetzt eine bekommen Ja ich meine schon Sehr aktuell Also die die demnächst Also die jetzt als nächstes kommt Ja Miss Marvel Da hat sie recht Achso okay Moment Die meinte er nicht Dann korrigieren wir das Ganze Dann She-Hulk Okay Aber er hat recht Ich glaube Miss Marvel fängt Diese Woche an Nächste Woche Miss Marvel kommt vor She-Hulk Okay gut Aber She-Hulk ist richtig Insofern alles fein Ja Okay Da haben wir die ersten 100 Punkte Die über die Ladentheke gehen 100 Punkte für Hülya So Dennis Wenn das nicht das Endergebnis sein soll Dann solltest du Solltest du mal nachlegen Dann nehme ich Musik in Film 100 Kommt Musik in Film für 100 Wir wollen wissen Welcher berühmte Filmkomponist Hat alle Indiana Jones Filme Musikalisch vertont Das John John Williams Gewagter Tipp John Williams It is Sollte stimmen Ja John Williams ist richtig So dann kriegt doch Dennis Seine 100 Punkte Spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen hier Hülya ist dran Okay Okay dann nehmen wir mal Period Pieces für 100 Period Pieces 100 Wollen wir mal gucken Was sich dahinter verbirgt Um welche historische Persönlichkeit Dreht sich The Darkest Hour Ich bin mir nicht ganz sicher Aber könnte das sein Dass es um Winston Churchill geht Möchtest du das eingeloggt haben Könnte sein Ich würde das gerne einloggen Das ist mein nächster Guest Den ich hab Du würdest das Hast du mich gerufen? Ich glaub In grauen Erinnerungen Ist irgendwo das drin Das ist natürlich vollkommen richtig Achso ja Wir haben ja hier noch Richtig und falsch Schau mal Total Hier Warte mal Ein paar Mal hintereinander Hier Noch mal Nachträglich Hier noch Warte mal Sehr gut Jetzt Fahne Siegen Reichen mir noch ein paar nach Aber Winston Churchill Ist natürlich richtig Ja Vollkommen richtig Sehr schön Es steht 200 zu 100 Für Hülya Dennis Du bist dran Dennis schweren Zugzwang jetzt Dann nehme ich Period Pieces 200 Period Pieces von dem Herrn Okay Na klar Welche Landsleute Behandelt Gangs of New York Aus dem Jahr 2002 Primär Achso Ja Aus welchem Ursprungsland Die kommen Habe ich glaube ich Noch einmal vor 15 Jahren gesehen Aber ich würde mal sagen Die Iren Geht es um die Iren Es geht um die Iren Jawohl Irland ist Richtig Damit Hat sich Dennis An die Spitze gesetzt Jetzt haben sie sich eingegroovt Beide Läuft 300 zu 200 Hülya ist dran TV-Serien 300 Die nächste TV-Serien Frage Wie heißt die aktuelle Cop-Serie von HBO mit John Bernthal Oh Jemmy Ne Ich habe das nie gesehen Ist das irgendwas mit Blue im Namen glaube ich Aber Irgendwas Ich bin mir nicht ganz sicher Die ist auch sehr aktuell Ne Also von diesem Jahr Irgendwas mit Blue Können wir natürlich nicht Genden lassen Ja bei mir klingelt da nichts Ich glaube irgendwie Blue Lights Oder sowas Blue Lights Sollen wir das Ja ich logge das jetzt mal ein Ich habe keine Ahnung Ja du verwechselst das glaube ich mit Blue Blood Mit Tom Selleck Die Serie Und NYPD Blue Und sonst was Genau We Own The City Kein Blue Noch nie gehört Nichts gehört von Es kommt demnächst von mir Eine Empfehlung Natürlich Aber nicht von Lee Er mag keinen Crime Leider nicht Als ich gesehen habe Worum es da geht Das war für mich so Standard Serie Da dachte ich Ich brauche keinen Mensch Mega Gut Dennis ist dran Ja dann nehme ich Musik in Filmen 200 Jawohl Okay Dann wollen wir wissen Welche Historienkomödie aus dem Jahr 2001 hat ungewöhnlicherweise einen modernen Soundtrack Historienkomödie Könnte auch ein Hint sein auf den Film Ja Wahrscheinlich 30 Sekunden sind noch Was geht da ab In dem Praktikatenhirn Mir gibt gar nichts ab Da geht gar nichts ab Ich bin bei Romeo Hier Romeo und Juliet Diese Scheiße Da vom Buzz Lerman Oder so Ne Keine Ahnung Willst du raten Oder Ist keine Ahnung Ne Ich habe Der letzte Stand Hülya Bist du es Ich Ich habe keine Ahnung Ich würde auch Sowas wie Romeo und Julia Mal Gessen Aber Keine Ahnung Wir lösen es auf Ritter aus Leidenschaft A Knight's Tale Natürlich Ja Natürlich Fuck Der ist es Mit David Bowie Zum Beispiel Ja genau Golden Years David Bowie Und so Richtig Leider keine Punkte An dieser Stelle Jetzt ist Hülya dran Was darf sein Ah Filmtiere wurden noch Gar nicht angefasst Ja Filmtiere trauen sich noch nicht ran Das ist unsere Will-for-Rail-Kategorie Für dieses Jahr Ich fasse die glaube ich mal an Ich nehme mal 200 Filmtiere Ja cool Das war die letzte 200er Frage Dann wollen wir wissen Aus welchem Film Das Dieser Hund hier ist Diese süße Kerl Ja Der Witz ist Der Gess hat mir das ja auch gezeigt Im Vorfeld Und ich habe es tatsächlich Nicht anhand des Tieres erkannt Sondern anhand des Autos Ah Ein kleiner Tipp Ist ja ansatzweise ein Tipp Also ich habe Keine Ahnung Erstmal Es gibt ein paar Filme Die vielleicht so einen Hund Haben könnten Auto Keine Ahnung Das sind schon primär alles Filme Wo der Hund schon irgendwie Eine zentrale Rolle spielt Also Oder eine wichtige Rolle Das ist jetzt nicht irgendwo In irgendeiner Szene Taucht jetzt ein Hund auf Achso Nur dass ihr Bescheid wisst Also bei den Tieren Also ich würde jetzt widersprechen Wenn es darum geht Dass der Hund Eine zentrale Rolle spielt Aber er ist zumindest Ausschlaggebend Für die Motivation Des Protagonisten Ja Ich sage mal Einfach Marley und Me Oder sowas Marley und Me Das logge ich jetzt einfach mal ein Okay Wir lösen auf John Wick Den hätte ich mal gewusst Den hättest du mal gewusst Ja Da siehste Ich hatte keine Ahnung mehr Wie der Hund von John Wick aussieht Ich auch nicht Und ich habe aber das Auto erkannt Ich habe erkannt Dass das ein Mustang ist Deswegen Darüber Hätts funktioniert So kann man es auch ableiten Ja So jetzt Dennis Ähm Action und Martial Arts 300 Oh Eine 300er Frage Wir wollen wissen Wie heißt der Film Aus dem Jahr 2021 Indem Halle Berry Eine Kampfsportlerin spielt Wer guckt denn bitte Filme mit Halle Berry Na Das ist der hier Eine komplette Filmografie Also wirklich Was ist das für ein Rundumschlag Ich habe schon 30 Filme von ihr Retensiert Nur Highlights Ja der wahrscheinlich Sonst weißt du was Was ich wüsste vielleicht Den wüsstest du Na siehste Da ist halt auch wieder Ein bisschen Das Glück mit den Fragen Wir versuchen natürlich Auch eine Mischung Aus alten neuen Serien Alte neue Filme Das soll natürlich Ein bisschen durchgemischt sein Das sagt mir gar nichts Könnte ich jetzt The Fighter The Fighterin Wenn schon Ja ja So viel Zeit muss sein Ne Keine Ahnung Filio Was möchtest du sagen Ne ich habe die Frage Nicht richtig gelesen Ich habe dieses Jahr Irgendwie falsch gelesen Ach du weißt doch Ne ne ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Der Film heißt Bruce So wie ihre Karriere Da mag jemand Halle Berry nicht Offensichtlich Wirklich Was ist denn Problem mit Halle Berry Was ist denn los Mit den Praktikanten Hat er ein schlechtes Praktikum absolviert Also wirklich Eine schlechte Bewertung gekriegt Aber jetzt mal ohne Scheiß Dennis Hast du noch nie Einen guten Film Mit Halle Berry gesehen Wenige würde ich sagen Also das meiste Ist eher schwierig Oder Ja Also ich fand Das war schon immer Sehr durchwachsen Aber ich finde Vereinzelt waren da schon Auch echt sehenswerte Filme bei Ja wenn man so ein Fazit Ziehen würde Hat sie wahrscheinlich Mehr Schrott Ja Klar Ja vor allem in den Letzten Jahren Da kennt man ja kaum Noch irgendwas Na gut Na gut So Hülya ist dran Was darf es sein Action und Martial Arts 100 Okay Wir decken auf Was macht Bruce Willis Rolle Butch in Pulp Fiction Beruflich Du guckst Was der beruflich macht Tröstet Ja Womit verdient er sein Geld Ist der Auftragskiller oder so Kann das sein Ich log das mal ein Ich hab keine Ahnung Auftragskiller Das ist der falsche Film Dennis wüsstest Boxer Er ist Boxer Auftragskiller war er Ein Film Über den wir neulich geredet haben Ja Schon eine Weile her Pulp Fiction Ja Macht ja nichts Immer wieder sehenswert Wirst du Tarantino Fan Oder Jein Also ich hab alles gesehen Find auch alles einigermaßen gut Aber ich Wüsste jetzt nicht mehr Was der da beruflich In dem Film gemacht hat Aber du bist sowieso Also du magst eigentlich schon mehr Arthouse Filme oder Ja Ja Okay Kommen wir zurück zu Dennis Ja dann nehme ich mal Filmtiere für 100 Filmtiere 100 Aus welchem Film Ist dieses Tierchen Dieser lustige Geselle Junge 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 Die kommen ja schon hier bei den 100 Sind unsere 100er Fragen schon Tricky Ja Ganz schlimm Die How I Met Your Mother Folge Als Marshall das Portemonnaie geklaut wird Das ist der gleiche Affe tatsächlich Echt? Oh Gott Was ist das denn für ein Trivia Fact Das ist ein Fun Fact Ja Wirklich Aber wir suchen natürlich den Film Wo er mitspielt Ja aber jetzt hat er ja den Affen erkannt Ich finde eigentlich Das ist wie wenn du den Namen Von einem Schauspieler Irgendwie wissen musst Dann Das trifft ja auch zu Kriegt er zwei Punkte Statt 100 Ja genau Noch 10 Sekunden Dennis Komm hau irgendeinen Film raus Wo ein Affe vorkommt Now you see me Now you see me Wir lösen auf Nachts im Museum Ach Gott Nein Das wäre mein Guest gewesen Den hätte sie gewusst Dann habt ihr ja mal gerade Irgendwie falschen Fragen Ich hätte gerade nach dem Museum Oder Zookeeper oder sowas Ich habe jetzt ein bisschen Gegenseitig die falschen Fragen gekriegt Ja Bis jetzt schon Ja Auf jeden Fall Probier es mal in der nächsten Hülya Filmtiere gibt es ja noch ein paar Und Boote und Schiffe Die sind irgendwie verpönt Ja Ich nehme jetzt Boote und Schiffe 100 Dann haben wir nur noch Schwere Fragen Jawohl Jawohl Die letzte 100er Frage Wo waren denn Leichte Die zum Beispiel Ich habe keine Ahnung Echt? Nein Ich habe gar keinen Plan Ich habe noch nie In irgendeinem Film geachtet Welches Schiff da rumfährt Ich gehe davon aus Dass du es schon mal gesehen hast Das glaube ich auch Dass du das gesehen hast Das muss dann irgendein Richtig bekannter Film sein Dennis würdest du das Hättest du eine Ahnung? Ja Das ist nicht Forrest Gump Ich habe wirklich keinen Plan Nee Forrest Gump Ich habe absolut keinen Plan Irgendwas mit dem Schiff Das so aussieht Kannst du ja mal Weiß ich nicht Ob du einen Seegeschein hast Kannst du ja mal gucken Was für ein Schiff es ist Das spielt vielleicht auch eine Rolle Ja Ist auf jeden Fall kein Urlaubsschiff Aber kann ich das nochmal groß sehen? Ja Natürlich Findet Nemo Findet Nemo Findet Nemo Ja Es hat gerade ein bisschen animiert ausgesehen Keine Ahnung Es war irgendwie so Nee Es ist nicht animiert Animiert ist es nicht Es wäre Jaws gewesen Der weiße High Den habe ich vor Ewigkeiten gesehen Keine Ahnung Sehr markant Tja We gonna need a bigger boat Genau das Bötchen Na gut So Das waren die leichten Fragen Was haben wir noch für einen Zwischenstand? Das bis jetzt ist unverändert Hülya hat 200 Dennis hat 300 200 Ist da noch alles drin Damit ist noch alles drin Auf jeden Fall Gucken was jetzt bei den großen Kategorien passiert Dennis was darf es sein? Musik in Filmen für 300 Okay Musik in Filmen 300 Bitteschön Welchen Song performt Marty McFly an der E-Gitarre in Zurück in die Zukunft aus dem Jahr 1985? Johnny Be Good Das kam schnell Und das ist vollkommen richtig Johnny Be Good Das ist von Chuck Berry Ich übernehme mal deinen Job hier Danke Die Punkte räumt ab Sorry So jetzt habe ich aber verpennt Wie viele Punkte das waren? Das waren 300 300 Alles klar Dann steht es jetzt 600 zu 200 Ja das müssen wir hier alles manuell machen mit den Punkten Das ist ja Multitasking auf allerhöchstem Niveau So geil ey Irgendwelche 15-jährigen Leute auf Twitch machen das wahrscheinlich so in der Schulpause Und wir sind hier voll am Struggle Ja So Hülya ist dran ne? Jetzt wird es ruppig mit den Fragen Filmtiere 300 Filmtiere 300 Welcher Film? Der ist animiert Das kann ich dir verraten Ja ich glaube ich habe den nicht gesehen Vermutlich Mhm Das sieht auf jeden Fall nicht nach Pixar aus Überhaupt nicht Das ist auf jeden Fall irgendwas Dreamworks mäßiges Oder so Blue Sky oder Sony Boah Okay ist auch ein interessanter Ansatz Da über den Animations Sehr sehr cartoonig auf jeden Fall Ist aber nicht die Hauptfigur Soviel kann ich nochmal verraten als Tipp Gibt glaube ich auch keinen Animationsfilm über den Wellensittich oder? Gab es den schon mal? Ich wüsste jetzt keinen Aber ist das vielleicht Pets oder so? Ist das dein Tipp? Ja Wir lüsen auf Pets it is Pets it is Wow Ich hatte keine Ahnung Ich habe jetzt nur wegen Cartoonik und nicht Pixar und so Vollkommen richtig Vollkommen richtig Es steht 500 zu 600 Ihr macht es ja wirklich spannend Ja Ausschussverfahren ist ja legitim Mhm Ne finde ich geil Dass du da über den Animationsstil gehst Mhm Dennis Dennis Gut dann nehme ich Musik in Filmen für 400 Mhm Musik in Filmen 400 Wie heißt das Titellied Beziehungsweise der Vorspannsong aus Pulp Fiction? Erst kommt Missy Lou Und danach kommt glaube ich Jungle Boogie Ja für Jungle Boogie gibt es keine Extrapunkte Das ist natürlich vollkommen richtig Missy Lou Dick Dale And his gel tones Respekt Wüsste wahrscheinlich nicht jeder Ne Das war wirklich gut Souverän 400 für Dennis Mhm Damit steht es 1000 zu 500 für Dennis Aber die ganz großen Punkte die gibt es ja noch Deswegen ist eigentlich wirklich alles drin Die komplette Reihe Die haben wahrscheinlich ein bisschen Ja die waren eingeschüchter Als ich gesagt habe Wurde kein einziger beantwortet in der letzten Runde Ja So um Hylia was darf es sein? Okay ich werde jetzt mal Action und Martial Arts für 400 nehmen Okay Bullet Tooth Tony aus Snatch ist genau womit bewaffnet? Wow Bisschen Waffenkunde hier noch mit rein Snatch ist Ewigkeiten Das ist ein wunderbares Filmzitat Ja das stimmt Auch wieder eine die du gewusst hattest? Ja Ah Könnte glaube ich dir sogar den Satz noch nachsprechen Bestimmt das ist irgendwas komplett absurdes Ich weiß nicht mal wer Bullet Tooth Tony ist in dem Film Das hilft natürlich nicht gerade Soll man das verraten? Oder wäre das zu viel? Das muss Dennis entscheiden Das ist eine verdammt schwere Entscheidung Dennis möchte, dass wir unser Maul halten an dieser Stelle Ich weiß es absolut nicht Es muss irgendwas komplett absurdes sein Wie eine Banane oder irgendwie sowas Oder irgendwie ein Messer oder Keine Ahnung Ich weiß es nicht Sag irgendwas Was ist dein Tipp? Messer Knapp daneben Das ist eine Desert Eagle tatsächlich Womit er bewaffnet ist Ah Winnie Jones ist das so Das ist Winnie Jones ja Genau der Ja Okay damit ist Dennis wieder dran Dann nehme ich mal Musik in Filmen für 500 Machen wir den Pott mal auf Ja lief ja so gut Welcher Filmkomponist hat die meisten Oscar-Nominierungen nach John Williams? Das ist definitiv keine einfache Frage Die ist Die hat es in sich Ja Mein verhasster Hans Zimmer wird es nicht sein Verhasst auch gleich Okay Mit Halle Berry auf einer Stufe Da kommen hier Seiten vom Praktikaten zum Vorschein Was hier los Wir überlegen uns das nochmal mit der Festanstellung Ne wir machen einen Lostop für Dennis Wo er so Wo er so sämtliche Halle Berry Filme reinschmeißt Muss er jeden Monat einen Halle Berry Film gucken Gerne Nehme ich Er mag Herausforderungen Ich weiß von dem einen nur den Der hat einen doppelten Nachnamen Aber ich weiß nur den Den ersten Und seinen Vornamen Das ist er doch wahrscheinlich nicht Also wenn es jetzt nur der Nachname ist Oder so lassen wir es natürlich auch durchgehen Wir sind jetzt nicht so mega streng Ich weiß den Vornamen Und den halben Nachnamen Na sag mal Harry Gregson Minus irgendwas Das Ist wahrscheinlich eh falsch Das ist glaube ich nicht mal annähernd Richtig Nicht mal annähernd Okay Ich sag's nur Alfred Newman Neun Oscars Neun Oscars hat er gekriegt Und 24 Nominierungen In seiner Karriere Für seine Filmmusik Also Das ist eine Weile her Das war noch vor John Williams Aber Riesenname Und auch sehr weit hinter John Williams Entscheint Ja Tatsächlich Okay William Period Pieces 300 Okay Lies mal Folgende Frage Wer spielte die Hauptrolle der Cleopatra Im gleichnamigen Film Von 1963 Cleopatra Das ist ein ziemlich bekannter Film Ich hab den nicht gesehen Naja Vielleicht hast du mitbekommen Wer die Hauptrolle ist Naja Ich glaub das kann man auch wissen Ohne den gesehen zu haben Also Ich hab nicht mal im Ansatz Eine Ahnung Okay Ich hab nicht mal irgendeine leise Vermutung Dann willst du irgendeinen großen Namen aus den 60ern raushauen Oder Wenn du dir das selber vorstellen könntest Vielleicht könnte man dann Schwarze treffen Ja Ja Dennis wüsstest du's Ja Ich weiß es Aber ich komm grad nicht auf den Namen Ja das hilft natürlich Wenn Nach einem Namen gefragt ist Ist das nicht so gut Ich weiß grad absolut niemanden aus den 60ern Dann lösen wir's auf oder? Elizabeth Taylor Ja Sie war's gewesen Also aus dem Golden Hollywood Alright Zurück zu Dennis Okay Dann nehm ich mal Boote und Schiffe für 300 Jawohl Boote und Schiffe für 300 Aus welchem Film ist Dieses Boot? Stirb langsam 3 Stirb langsam 3 Sagt Dennis Das kam schnell Und Ist falsch Ah Okay Der nächste Stirb langsam 3 Kommt am Ende auch so ein Boot vor Aber wo die sich drauf abseilen Aber nicht das Boot Ich glaub Aber ich glaub bei Lethal Weapon 3 auch Ja gut Natürlich gibt's diese Ja Diese Ladeboote In mehreren Filmen Aber das ist das Boot von Captain Phillips Okay So So Hylian TV-Serien 400 Jawohl Guess Welcher Schauspieler bzw. welche Schauspielerin leitet das CSI Cyber-Einsatz-Team? Ich wär so raus Ich hab keine Ahnung von CSI Okay Ich weiß nur bei CSI Miami ist der Typ mit der Sonnenbrille und bei Cyber Ich weiß, dass es CSI Cyber gibt, aber Das ist ein relativ neuer Ableger Ja, aber keine Ahnung Ich hab absolut keinen Plan Lösen wir auf, ja Willst du irgendeinen Tipp abgeben oder soll man das auflösen? Ich spürste gar nichts Okay Dann lösen wir das auf Patricia Arquette Recht namhaft besetzt Die Dame aus True Romance und Co Patricia Arquette wär's gewesen So, jetzt haben wir noch 3 400er und 5 500er Fragen Große Sprünge jetzt Dennis ist dran Dann nehm ich mal Period Pieces 400 Period Pieces 400 Wer führt Regie in The King's Speech aus dem Jahr 2010? Diesmal mal nach einem Regisseur gefragt Ja Ich verwechsel den immer mit dem Texas Chainsaw Massacre Typen Bis auf der richtigen Spur, ja Also heißt der Hooper schon mal mit Nachnamen Und das ist nicht Tobi Sondern Tom Hat er nochmal Das ist ja geil, wie er sich da rantastet Hat er nochmal schön vorsichtig Wie er sich da rangeleitet Tom Hooper ist richtig Brau Wunderbar Nicht übel 400 Punkte für Dennis Damit steht es 1400 zu 500 Hylia ist jetzt unter Zugzwang Was darf's sein? Period Pieces 500 Jawohl Okay Wie heißt das Biopic über Jane Austen aus dem Jahr 2007 mit Anne Hathaway in der Hauptrolle? Nicht die Bekannte Staffel Ein Biopic über Jane Austen Ich wusste gar nicht, dass es den gibt Ich wollte gerade fragen, ob du es gesehen hast, Lee Das sind doch deine Favorite Genau Pics, wenn du in der Videothek bist Das ist die erste Abteilung, wo ich hinrenne Jane Austen Stoffel, klar Was gucke ich mir heute Abend an bei Video World? Also irgendwo im Da schlummert irgendwas, dass es das mal gab Aber Ich müsste jetzt raten Einfach den Titel Ich würde sowas sagen wie Dear Jane oder so Vielleicht Sollen wir das einloggen, Dear Jane? Ja Ich wette mit dir, der Film ist auf deiner Wunschliste Garantiert Nah dran Oh fuck, Alter Und das können wir nicht gelten lassen Naja, im Original heißt es halt Becoming Jane Ja, aber geliebte Jane ist schon Dear Jane Ja, es ist halt wörtlich übersetzt aus dem deutschen Titel Wird es halt Dear Jane heißen, aber Ja, wenn der englische Titel 1 zu 1 übersetzt worden wäre, dann hätten wir es gelten lassen können So ist es natürlich ein anderer Titel Okay Okay, wow Bitte Ja, total Aber echt ein guter Tipp, ich wusste gar nicht Ja, geliebte Jane Geliebte Jane, na gut Dennis, kennst du den Film? Äh, nee, überhaupt nicht Ich kenne auch von Jane Austen nicht besonders viel Okay Aber ich hoffe, ich kenne Filmtiere für 400 Okay, die TV-Serien meidet er wie der Wie der Teufel das Weihwasser 400 waren es, oder? Ja So Aus welchem Film ist dieses Tier? Aufmerksame Banausen-Hörer Haben das eventuell schon mal gesehen? Oder gehört? Es ist tatsächlich sehr klein, aber Ja, Mensch, Gess, was hast du da für kleine Bilder ausgesucht? Da ist auch ein großes Tier drauf, deswegen dachte ich, das war ein kleines Bild her Oh Mann Filme mit Elefanten Ja, ich glaube, viel mehr gibt es auf dem Bild auch nicht zu erkennen, als dass es halt ein Elefant ist Also ich finde, alles andere gibt keinen Aufschluss darüber, welcher Film das sein könnte Aber eventuell versucht er den Schauspieler ran zu zoomen Nee Der daneben steht Nee Selbst den erkennst du nicht, also Ja Also, ein Film mit einem Elefanten Keine Ahnung, wir kaufen einen Zoo Wir kaufen einen Zoo Ist es nicht Nicht Die dicke Vera Larger than life Och, war sehr gut übersetzt Aktiv verdrängt Haben wir mal in einer Supporter-Episode drüber geredet Lee hat sich natürlich Das ist ein Film, wo er eher zugereifbar bei Video hört Den hat er hier mal rezensiert Muss man nicht gesehen haben Nee Ist kein Highlight gewesen War, glaube ich, kein Highlight Hylia Womit können wir dich glücklich machen? TV-Serien 500 Die letzte Frage TV-Serien für 500 kommt Orange is a new black War mit sieben Staffeln die langlebigste Netflix-Serie Welche Netflix-Serie ist mit genauso vielen Staffeln gleichgezogen Hat jedoch mit der Anzahl der Episoden diesen Rekord gebrochen? Mein Lieblingsgebiet, Netflix-Serien Ja, nicht so leicht bei dem Wust an Serien Und bei dem Output Das hat auch sieben Staffeln Das hat doch fast nichts, sieben Staffeln Die setzen doch immer ab nach drei gefühlt Das ist nicht so leicht dann Stimmt Da hätte ich ausnahmsweise sogar eine Idee Ich weiß, ob die von Netflix ist Das ist ja auch immer so eine Sache Das ist, wenn man tatsächlich eine von den 500er Niemand beantworten könnte Willi, er rätselt noch Noch zehn Sekunden Dann brauchen wir eine Antwort Und fertig So, jetzt Sag was Hast du eine Idee? Werde Kostol Aber glaube ich nicht Ich glaube, es hat keine Siene Bei der Kostol Was wäre denn deine Idee gewesen, Dennis? Ich hätte The Blacklist gesagt Beides keine Netflix-Serien Echt? Ja, gut Grey's and Frankie Was zum Teufel ist das denn? Das hat sieben Staffeln Grey's and Frankie hat sieben Staffeln Das ist krass, ne? Hätte ich auch nicht gedacht Das wäre die Antwort Das war Jane Fonda und Lily Tomlin, ja Stimmt, Lily Tomlin, ja Nie gesehen Ja, ich habe mir damals den Piloten angeguckt Ich fand es nicht geil Aber die hat eine riesen Fanbase, die Serie Ich verstehe es auch nicht so wirklich Aber gut So, Dennis ist dran Dann nehme ich Action und Martial Arts für 500 Okay Nenne einen der Musiker Oder Musikerin Die einen Auftritt in Crank 2 High Vortage haben Wie heißt der denn nochmal? Es legt ihm auf die Zunge auf Ey, dass du da überhaupt was weißt Finde ich schon beeindruckend Ich war auch bei dieser Frage vollkommen raus Ey, Alter Crank 2 ist halt so ein Film Den ich einmal gesehen Und dann auch schon wieder gleich vergessen Ja, vier mögliche Antworten Wie heißt der denn nochmal? Du hast noch 25 Sekunden Aber wir sehen das eh sehr entspannt Mit dem Zeitlimit Also wir finden auch Eine Minute ist jetzt nicht wirklich Selbst wenn die Minute abgelaufen ist Lassen wir die Minute immer noch Zeit Ich sag mal Chester Bennington Von Linkin Park Sollen wir mal gucken, ob das stimmt Gary Halliburg ist dabei Danny Lohner von Nine Inch Nails Und Chester Bennington von Linkin Park Ist auch dabei Das war stark, mein Lieber Zuwärtsig Maynard James Keenan von Tool Wäre auch noch eine richtige Antwort gewesen Ordentlich, ordentlich Hast du noch den Namen gewühlt die ganze Zeit? Ja, genau Ich war ja gerade bei Mike Chino Die ganze Zeit Aber ich wusste, dass es halt Der Das ist der andere Der Verstorbene war Und Muss den ein bisschen graben Sehr gut Echt gut Das muss man erstmal abrufen Das Ding Ja Der war wirklich gut So 500er Frage Cashed Hülya hat noch die Chance Habe ich noch die Chance überhaupt? Rechnisch, weiß ich nicht Ja Du kannst noch 900 Punkte holen Na dann Und ich glaube Okay Dann Der 900 Punkte reicht nicht Aber gut Wir spielen es natürlich trotzdem zu Ende Okay Dann nehme ich einfach mal Boote und Schiffe 400 Okay Boote und Schiffe 400 Aus welchem Film ist denn Dieses kleine Bildchen Das sieht schon mal nicht nach Ein Fischerboot aus Ja Das müsste irgendwas Sowas Luxuriösteres Irgendwie sowas in die Richtung Wolf of Wall Street Oder Irgendwas auf einer Yacht Auf jeden Fall sein Mhm Oh Da hätte ich auch gerade Reden eine richtig bescheuerte Idee zu Ich hatte auch sofort eine Idee Als ich das Bild gesehen habe Sie war nur falsch Ja Also wenn wir irgendwas von deinen Antworten einloggen sollen Sagst du dann Bescheid Ja Ja Es ist glaube ich nicht Wolf of Wall Street Weil ich weiß ja nicht Ob du da noch gerade brainstormst Oder ob das schon die Antwort ist Ne Ich sag jetzt einfach mal Wolf of Wall Street Weil ich hab keine bessere Antwort Tada Das ist auch richtig Wolf of Wall Street Wolf of Wall Street It is Es ist Wolf of Wall Street Respekt Sehr schön Die 400er sind Ich hab sofort gedacht Das ist das Ding aus Tenet Mhm Ja Das sieht auch so ähnlich aus Ja Das stimmt So Möchtest du Filmtiere für 500 Dennis Oder Boote und Schiffe für 500 Ich nehme die Tiere Er nimmt die Tiere Dann wollen wir von dir wissen Aus welchem Fall ist dieses Tier Es ist natürlich fies Dass das Tier verkleidet ist Jetzt weißt du noch nicht mal Was es ist Ja Das ist natürlich ein gemeiner Für 500er Frage Könnte Nashorn sein Genau Könnte Mähschweinchen sein Also es will nicht erkannt werden Offensichtlich Offensichtlich ja Ja Aber ich frag mich Warum der noch nicht Rezensiert worden ist von Lee Das ist wahrscheinlich Nur eine Frage der Zeit Glaube ich auch Nachdem ich gestern gelesen habe Dass Benji Oscar nominiert war Wollte ich den jetzt auch sehen What the hell Ja man Okay Kein Problem Kriegen wir hin Nee der ist eh schon im Lostopf Ne Benji Ja hast du den nicht schon reingeschmissen Ich glaub wohl ja Du hast uns sogar die DVD schon geschickt Genau Die war ja auch noch Die war ja auch noch ein Paket Guck jetzt endlich diesen Film Wir sind ausgestattet Ich hab das noch nie gesehen Ich sag mal immer Ärger mit Bernie Weil die Verkleidung so aussieht Dann gucken wir Die Antwort wäre gewesen Was Anrede die kleine Robbe Ja Hätte man drauf kommen können Ja für Wunderte halt Was soll ich sagen Okay So Wir haben noch Boote und Schiffe Für 500 Die Frage geht an Hülya Da hast du ja gerade Eine gute Frage gelöst Mal gucken ob das Ob du das auch noch hinkriegst Mal schauen Aus welchem Film Ist dieses Gefährt Boah Okay Irgendwas Irgendwas Mit Krieg Auf jeden Fall Irgendwas Army mäßiges Ich schwanke irgendwo Zwischen Ne Roter Oktober Ist doch mit U-Booten Gewesen Ah Crimson Tide Oder sowas Vielleicht Aber sag mal Jetzt muss ich mal blöd fragen Das ist doch ein U-Boot Oder nicht Ist das ein U-Boot? Ja ja es ist ein U-Boot Ich wusste nicht Ob das jetzt Hilfe genug ist Aber es ist ein U-Boot Nehme ich Jagd auf Roter Oktober Einmal Okay Gucken wir ob das stimmt Also Ich nehme Petticoat Ja Habe ich schon mal davon gehört Aber nicht gesehen Es gibt eine Es gibt einen Ein Wechsel in diesem Film Wo das Boot dann Rosa gefärbt wird Das wäre natürlich dann Zu leicht gewesen Wenn ich dann Die Szene genommen hätte Wo das Boot schon rosa war Das war noch die Szene Vor der Färbung Die färben das U-Boot rosa Ja das hat einen bestimmten Grund Warum sie das rosa färben Aber das will ich hier Natürlich nicht spoilern Deswegen Operation Petticoat Ok Genau Und wenn du Operation Petticoat Boot googelst Dann kommen halt öfter Diese rosa Fotos Aber das wäre einfach Zu einfach gewesen Deswegen hier nochmal Vor der Färbung Aber tricky Das wäre so einfach gewesen Mensch Ja So ein Quatsch Ja wunderbar Dann Haben wir einen Gewinner Der heißt Dennis Mensch GG Unser Praktikant ist Im Bewegt-Pippernhausen-Bash Hier total gestresst Und zu spät hier reingetanzt Und hat doch noch gereicht Aber Hülya Ey gut gespielt Ja auf jeden Fall Also war Hat man jetzt auch gemerkt Das ein oder andere Mal War es halt wieder das Ding Mit Hat man Glück bei der Frage Oder nicht Das ist leider Nicht viele Fragen Die ich wusste Also nicht so viele Filme Die ich noch so Im Gedächtnis hatte Wirklich Ja zumal Ich finde es ist auch immer Wirklich was anderes Ob man jetzt halt eben Einfach so über den Film quatscht Oder dann Einem so die Pistole Auf die Brust gesetzt wird Und dann heißt es Jetzt nenn uns diese Information Aus diesem Film Genau in diesem Moment ja Ja das stimmt Das muss man erstmal abrufen Deswegen Also Dennis Echt Gratulation Auf jeden Fall Stark gespielt Gut Job von euch beiden War eine schöne Partie Fand ich auch Danke Hat Spaß gemacht Und ja Aufwärmbrunnen ist vorbei Dennis Jetzt musst du uns eingemacht Ja dann muss ich aber Mal ins Trainingslager Und Julia Dich sehen wir hoffentlich Auch mal irgendwie Beim nächsten Bash oder so Ja Für den Spaß Ja danke fürs Mitmachen Danke fürs Mitmachen Und dann Hat beide noch einen schönen Abend Ja danke Gleichfalls Und danke Ja danke Danke Und dann drücken wir die Outro Oder Machen wir Tschüssi Tschüss Ciao Ciao Bewegt Bild Banausen Tschüssi Tschüssi qualifying